Sollte keine Verletzung dazwischen kommen, wird damit auch Alexander Sascha Zverev bei dem kurz nach den Australian Open stattfindendem Auswärtsspiel in Australien Anfang Februar dabei sein. Das versprach der neue Head of Mains Tennis im Deutschen Tennisbund bei einer Podiumsdiskussion in Ismaning bei München. Die positiven News ist, dass alle Spieler, inklusive Sascha, in der ersten Runde spielen wollen. Es kann natürlich immer etwas passieren, aber die Bereitschaft ist da, das ist das Wichtigste, sagte Becker.